Mein Name ist Enes Külle, ich bin 17 Jahre alt, ich spiele im Sturm. Meine bisherigen Vereine waren Sportverein ein paar Wochen nach VfL Stuttgart. Meine persönlichen Ziele sind, mich selbst weiterzuentwickeln und einen Profi-Kader zu machen. Ziele mit der Mannschaft ist ganz klar, den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen.